Aber dieser Unsinn über Entkannte und über Delfine, die sich in Menschen verwandeln, sagte John. Delfine sind eine biologische Spezies, sie haben keine Zauberkräfte. Don Jorge hat mir erzählt, er habe die Delfine aus dem Wasser kommen sehen, sagte Greg Nees. Der junge Greg war Präsident der Stiftung und der einzige, der schon früher da gewesen war. Er war dabei viel mit Jorge Soplin, einem einheimischen Fachmann für Pflanzen und ihre Verwendung, zusammen gewesen. Er sagt, sie kommen aus dem Wasser, stehen auf ihrem Schwanz und nehmen wunderschöne weibliche Körper an. Am Quebrado Blanco hat er das einmal selbst erlebt. Er drehte sich um und lief davon, denn er wusste, dass es nur Delfine waren. Na, 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 sagte Dave. Hier geschehen eigenartige Dinge, sagte Greg. Greg war von uns der Einzige ohne einen Hochschulabschluss. Alles, was er weiß, weiß er aus eigener Erfahrung. Greg ist ein großer, bärtiger Mann Mitte 30 mit einem blonden Pferdeschwanz. Er ist autodidaktischer Webdesigner und verdient so viel, dass er ausgedehnte Reisen in die Tropen unternehmen kann, vorzugsweise nach Costa Rica und Peru. Einmal, erzählte Greg, gingen wir am Quebrado Blanco entlang, ich und Don Jorge und andere. Und jeder verstand, was die anderen dachten. Ohne Worte führte mich Jorge durch ein schwieriges Gelände. Wenn einer von uns ein Tier entdeckte, spürte es der andere. Es war eine Art Bewusstsein, das es in der Stadt nicht gibt. Eine Art Telepathie. Es widerspricht allem, was ich denke und glaube. Und all das passierte mit Menschen, die ich unter anderen Umständen kaum verstand. Ich sprach damals kein Wort Spanisch und das meiste war sowieso Quechua. Trotzdem wusste ich, was sie dachten. Völlig ohne Gesten. Nach kurzer Pause fuhr Greg fort. Völlig ohne Gesten. Völlig ohne Gesten. Völlig ohne Gesten.